Seit unserer Gründung im Jahr 1998 ist die EHB Brüstungstechnik AG ihr gesamtschweizerischer Partner für objektspezifische Gesamtlösungen mit integrierten Elektro-, Heizungs- und Lüftungskomponenten. Unsere Konzeptlösungen realisieren wir von der Planung über die Fertigung sowie die Montage aus einer Hand. An unserem Hauptsitz in Oftringen verfügen wir über eine eigene Planungs-, Projektierungs- und Montageabteilung. Die Herstellung unserer hochwertigen Produkte erfolgt in unserem Fertigungsbetrieb in Gordola mittels modernster Stanz-, Abkant- sowie Lasertechnik. Dank Firmenpräsenz in den Städten Bern, Luzern, Basel und Zürich sind wir in der Lage, Baustellen in der gesamten Schweiz schnell und effizient zu bedienen. EHB Brüstungstechnik AG – für nachhaltige Konzeptlösungen zu einem interessanten Preis-Leistungs-Verhältnis.